Und da sind wir auch schon direkt wieder im nächsten Ladebildschirm. Sehr schön. So, dann schauen wir gleich auf die Uhr. 15 Minuten werden dann bis... Okay. Ich muss ja mich hier drauf drücken. Okay. Jetzt kriegen wir Minen. Ups, das ist das Geilgekotter, oder? So, blau ist oben, oben können wir verdrehen. Guck mal. So, ein bisschen clever hier. Und somit können wir dann auch da hinüber, wenn ich aufs richtige Portal setzen würde. Ja. Ups. So. Da rein. Haben wir hier noch was? Die alten Geräte, aber die tollen Fletschreen-Monitore. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, yeah. Da bekomme ich mich wieder so halbseiten an. Super, da bist du ja. Ja, neil. Ja, neil. Ja, neil. Versteck. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlichen Haar. Versteck. Jetzt hab ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für böse Dichte. Und düster und glücklich. Und, ähm, ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in dein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stammvater springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art. Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr, dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und dein grausamer Todeskampf. Okay. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere an. Was heißt denn wohl? Nein, heute nicht. Nein! Meine Güte, was hat er noch getan? Das hat mich umgeräumt. Da haben wir ein Portalfläche, da haben wir ein Portalfläche. Ich gucke mich da noch in den Speed ran. Ich muss da irgendwie um... stehe ich schon mal fest. Ah, ich kann hier noch ein bisschen Blubber hinmachen, sehe ich ja. So blau rumsetzen. Okay. Hier und da. Und Geronimo. Schön, schön, schön. Puh, ich glaube, wir kommen gleich zur Umgebung. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Du denkst, ich betrübe dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd gerne an mir befestigt, um ein Verhalten zu steuern. Ich hätte mein Leben lang stimmen, doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm, denn jetzt ist es meine eigene Stimme. ganz im Ernst, ich glaube, etwas stimmt nicht mit mir. Kladus wird sensibel. viel dürfte es eigentlich nicht mehr sein bis zum Endkampf. Beschädigte Kerne hat so ein Glück. Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Das machen wir ein paar Mal, bis er einen neuen Kerntransfer braucht. Das war ja wirklich schon gleich da. Und zwar können wir hier hochfahren. Und der Endkampf und das Finale sehen wir dann in der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge. Ciao, ciao!